Wann habe ich mich jetzt gerade erschockt, als ich das gesehen habe? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play... Namesia, The Dark Desert. Ich habe einen Hinweis bekommen. Bzw. ich selbst auch gegoogelt. Eigentlich wollte ich die auch, weil ich unbedingt das Spiel weiter spielen wollte und bla. Warum mache ich dich dazu? Egal. Im Lagerraum müsste noch irgendwie so ein Fass sein, wer weiß ja auch warum nicht. Ich bin gut, ne? Irgendwas über explodieren, ich weiß gerade nicht was. Naja. Hoffen wir einfach, dass wir keinen Gespenster sehen oder so, welche Ende. Und weiter geht's. Lade-Pause. Ladebalken, Ende. Einmal kenne ich bestimmt, wie lange die Ladebalken sind. Schauen wir doch bestimmt wieder welche, hässliche Jungen. Ähm, nach unten. Oh, neee. Unten ist falsch. Doch, unten ist richtig. Das unten ist richtig. Irgendwelche Spielchen zu spielen. So ein Ding suchen wir. Glaub ich. Da. Ne, toll. Ah. Ja. Primär. Und dann steht er auf den anderen und dann muss er irgendwann mit S stehen. Ja, genau. Sekundär. Primaire Waffe, Sekundär Waffe. Tape. Ich vergesse das immer. Ja. Wahrscheinlich hat's ein Monster geweckt. Achso. Achso. Warum red ich eigentlich so leid? Ich kapier's nicht. Damit mich jemand da nicht hängt. Ah ja, stimmt. Das Ding hat ja kein Headsetanschluss. Das, was ich hier sage, hört man auch hier. Ich hoffe, das, was ich tue, ist richtig. Hier. Ja. Das ist wie ein Dusse. Das wird so leicht. Jetzt. Jetzt. Oh Gott. Wie denkt sich sowas aus? Vor allem, hier haben sie kein Licht hingesetzt. Wisst ihr besser, ich kenne sowas. Das habe ich in Tomb Raider-Leveli auch mal gemacht. Licht. Wartet. Nein, Jux. Zu. Wo meine Fakale ist. Wo meine Fakale ist. Wieso machst du das? Du kannst mich nicht machen. Oh nee, das hat doch menschliche... Äh, das hat doch echt ernsthafte Menschen. Was? Ich habe vergessen, was wir suchen. Ich habe vergessen, was wir suchen. Ich habe vergessen, was wir suchen. Wieso, wir lesen jetzt. Auf spät. Ich hätte ja alles tippt. Oh Gott! Nein! 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 Vielleicht hat man erst den Himmeraumschlecken. Ich weiß nicht, woher ich diese Schreie höre. Ich weiß nicht, dass ich es nicht sieht. Oh Gott. Oh Gott. Warte, ich mache da auch irgendwelche Türen auf. Oh Gott. Ich dachte... Ach so. So ein Kerl mit der Schaufel da vorne ist. Nee. Und grabt da irgendwie was. Aber ich denke mir so, dieses... Ist im Spiel. Alter, das ist wahrscheinlich ja total... Das könnt ihr nicht hören, das tut mir leid. Der ganz lichtigen Käse hat natürlich jetzt Angst. Ich brauche nur zwei Hebel. Oh... Oh... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warum? Nein! Was ist denn immer? 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 Mit Maustaste? Ich habe vergessen, wie man in die Tür reingeht? Ich habe ganzes... Deswegen habe ich ganzes Zeit gesprungfällen... Oh man... Ich bin schlau, ne? Ich bin schlau, ich bin schlau, ich bin schlau, ich bin schlau... Ich bin schlau, ich bin schlau, ich bin schlau... Ich bin schlau, ich bin schlau, ich bin schlau, ich bin schlau... Ich bin schlau, ich bin schlau, ich bin schlau, ich bin schlau... Naja, von Kalorot IP kann ich ja jederzeit das IP abbrechen, wenn es wirklich so hart ist. Aber für mich ist es nicht mehr zu hart. Es ist alles nur eine Schauspielerei, das meistens nicht mehr. Ja, darum ist man halt sicher. Deswegen habe ich es hier. Sobald die Lichter irgendwie ausgehen sollten. Nein, nicht mehr. Dann bin ich mir sicher. Es ist egal wohin ich die mache. Anscheinend nicht, aber ich habe es gerade richtig. Ich gucke mir nachher das Tape von hier an. Von hier mit anderem, ne? Ich will gucken. Ich weiß, dass er irgendwie im Maschinenraum gegangen ist. Das ist das Einzige, was gefehlt hat. Hä? Sehr interessanter Gas. Ich hoffe, es gibt keine Explosionen. Jetzt übertreiben sie. Okay. Viel Glück. Auf Wiedersehen. Du bist. 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 Ich würde nicht sterben. Ein paar hoffenweise Schaden, die ich jetzt wahrscheinlich habe gekommen, ich brauche Medizin. Ich bin mir so sicher. Eure Ernst? Alles, was jetzt hier reinkommt, dann bin ich tot. Ist mir so egal, auf Wiedersehen. Das ist ja wahr, dass wir dafür, dass ein Tod heraufkommen will, wenn er seine Mühe tiefer hat und tiefer hat. Warum er nicht das an mich und einen Freund? Achso. Ja, gehen wir ruhig weiter runter. Bist du bescheuert? Hallo? Ich möchte gerne noch einen neuen Raum. Hä? Achso. Das war eh sehr glatt. Jetzt geht's. Endlich. Bin ich aus. Nicht aus. Aus. Ja. Nein. Okay. 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 Und? Nein. Komm ich ja zurück? Okay, wer will schon zurück? Werdern wir. Ja, ich weiß nicht, dass wir hier sind. Was war das? Entschuldigung, ich sollte dich erwarten. Eine meiner Verantwortung als Barren ist das von einem Präsenwärter. Das ist das, was die Kriminale sind. Wie ein Dungeon? Sehr gut. Komm, nicht mehr. Ja, ich habe mich an das Rätsel gelöst. Ich habe wieder diese Punkte. Nee. Das Ding weg. Können wir dich auch bewegen? Ja, ich weiß nicht. Oh. 3-6-2-0. Ah, gut, das hat sich aufweilen. Gut, wunderbar. Äh. Ich guck wieder schon schief. Okay, Leute. Äh. Ich guck mich, ich wollte die Zombies erholen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal an euer Jones 1.0 Spiels. Let's play. Amnesia, the dark, the sand. Bis dann. Wo ist der Ausknopf? Bis dann. Aber sie ist da. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Bis dann. ACH-Töer Töer. Vielen Dank.